Ein herzliches Willkommen unter Lotsam, ein paar Danganron-Panada-Episode Ultra des Beargirls. Ich bin das Eure Dems für Mafix. Beim letzten Mal haben wir uns in die U-Bahn wieder bewegt und dort unser Hacking-Gun nun wieder vervollständigt. Nun sind wir bereit, es mit Gott und der Welt aufzunehmen. Was aber noch wichtiger ist, dass wir erstmal zum Widerstand kommen, denn die Hilfe von dem brauchen wir definitiv. Doch davor schauen wir uns jetzt erstmal eine Cutscene an, was hier der liebe Nagisa mit dem Verräter Nagito macht. Das wird sicher interessant werden. Du hast uns verletzt, von dem sehr Anfang. Es ist kein Problem, als du nicht wissen, wie du es nicht wissen. Ich habe das alles gehört. Confess, du hast uns all die Zeit geliebt. Hey, ihr seid mitgegennt oder was? Warum machen Sie das, wenn es viele andere Sachen zu verbrechen? Wie Kucke, Blastware, das Fenster mit der Frau, die du möchtest! Mehr als viel, verdammt! Sch-Shut up! Wir versagen, dass wir diese Stadt in ein Paradies machen. Wir versagen, dass wir die Geschichte ändern! Und dieser Mann interferiert! Veränder die Geschichte? Ich weiß nicht, Sie sind ziemlich hysterisch für mich. Ich meine, was ist mit dir, Nagisa? Was ist mit deinem Arsch? Du weißt, was eigentlich nicht? Ich will die Ratings hoch. Ich habe nicht gesagt, dass du zuhörst! Schein ich nicht! Oh! So scary... Und was Sie tun mit mir? Das ist deine Schuld! Das ist deine Schuld! Das ist deine Schuld! Das ist deine Schuld! Das ist alles deine Schuld! Halt! Don't be mad, Nagisa. The one who sent Mr. Servant on his task was me. Huh? Monika! What did you say? Ahem. Like I said, I was the one who asked Mr. Servant to help me. What did you tell him to do? I asked him to bring Ms. Komaru Naegi all the way back here. You were lying, right? This is some kind of joke, right? Sorry. It's the truth. Lies. Why? Why would you do something like that? Oh, that's too bad. No matter how smart you might be, you still don't understand it, huh? But I guess that's to be expected. I never gave you a proper explanation. Explanation? What are you talking about? What needs explaining? We're going to make a paradise, right? And... And that's why we caused this revolution, right? Sorry. Monika doesn't care about paradise or anything like that. What? Oh, I guess you can say that the paradise I want and the one you want are different things. I have no interest whatsoever in the paradise where kids can live peacefully. Stop kidding around, Monika! What the heck is this? Sorry. But this is all for the sake of a successor to Junko and Oshima. Huh? Successor? Yes. The second generation of big sis Junko. That's what I'm after. My aim is different from Mr. Servant's. But we agreed to work together at the beginning. So don't get so jealous, Nagisa. I don't understand. What are you talking about, Monika? It's fine, it's fine. You just have to keep doing your best for my sake. Right? For Monika's sake. Huh? What are you doing? You love Monika, right? You can't live without Monika, right? You love me so much. Sometimes you even have perverted thoughts about me, right? Stop! Please, stop! You're glad you got to kiss Monika, right? If you work hard, I can do other things too, you know? So you'll listen to Monika's little request, right? Don't come near me! Get away from me! You have such a hard time. Everyone has high expectations of you because you're so smart. And you even have high expectations for yourself. And you're always suffering from that, right? I'm dead! Don't come near me! But Monika won't expect anything of you. What? From the very start, I never expected anything of you. That's why I kept the successor a secret. After all, you're just a weak, weak little child and no one expects anything from it. I said get back! Maybe nobody ever expected anything of you in the first place. You probably just thought they did. Maybe it was all a misunderstanding. Don't come near me! Get back! Get back! Jeez, Monika! So vulgar as usual! Seriously? You hit a girl. How uncool. But... Monika loves how uncool and worthless you are, Nagisa. Monika loves you most in the whole wide world. If you want Monika to have high expectations of you, you've got to listen to Monika's requests, okay? For Monika's sake, kill all the adults. Risk your life for Monika. Ist das nicht schön, Nagisa? Hey, Topo? Was? Was? Wir haben so lange über den Sewer gehen. Du denkst, dass es okay wird? Was bedeutet das? Wie, ist dieses Schmuck mit mir? Ich habe mich überrascht, dass ich sie nie ausfüllen. Ah, Entschuldigung. Du willst mich nicht über Schmuck, oder? Nein, das ist einfach... Rude! Oh, das Schmuck tut mich. Oh, was war denn das schon wieder für eine ganz merkwürdige Katzin hier? Es war ja von Anfang an klar, dass Monika irgendwas ganz anderes vorhat hier als der Rest von denen. Ein Junko Enoshima Nachfolger. Das Schlimmste, Schlechteste, was wir uns, ich glaube, vorstellen könnten. Mit Abstand. Äh, und wie wird man ein Junko Enoshima Nachfolger? Enemy Paralyses, Time Increases After the Spare. Da, einmal! Awesome, mach mal. Äh, noch ein Skill. Haben wir dann echt alle Skills in dem Spiel gesammelt? Das wäre ja awesome. Äh, übrigens... Da muss ich mich nochmal berichten. Ich habe ja immer gesagt, es gibt vier Kapitel in dem Spiel. Ah, aber das stimmt nicht. Nämlich, es gibt fünfe. Und ich hoffe, wir werden auch alle fünfe finden. So. Äh, alle fünfe schaffen. Überleben. Ne? Sieht nicht so gut aus. So, hier sind wir natürlich richtig. Aber ich sehe da doch auf der anderen Seite schon wieder ein cooles Item. Sieh nicht, diese Zeit nicht folgen, richtig? Ich denke, wir sind gut. Der Problem ist die Kinder. Ich weiß nicht, ob sie uns hören können. Ich bin sicher, dass es gut wird. Wenn wir unser Bestes machen, um ihnen zu überzeugen, ich bin sicher, dass es funktioniert wird. Hm. Die vorherigen Sie, würden Sie sobern und schreien, wie? Togo! Togo! Ich spreche nicht so. Wie ist das? Well, selbst wenn du zu verlierst, ich will immer stolz auf dich auf dich. Ja. Nur zu haben, dass du hier bei meiner Seite ist beherrschung. Du weißt, dass ich sargastisch war, richtig? Ah, genau. Wenn du es als realistisch empfiehlt, dann bist du der, der sich verändert. Das wäre nicht gut. Wir haben eine Dürfe und ein Herz von Gold, ist, wie meine Sache. Uh, warte. Warte. Hörst du das? W-What? Sc-Screen? Togo, hurry! Der, ähm, Stützpunkt der Rebellen ist. Würde Sinn machen, oder? Würde schon Abyssassiner geben. Togo, geh mal aus dem Weg. Puh, aber naja. Ach, jetzt geht's hier weiter. Ach, ich dachte mir... Ach, es ist sehr wurscht, was ich dachte. Ich müsste mir noch mal hintergehen schauen, ob wir da noch mal ETH finden. Aber das ist mir jetzt wurscht. Das ist mir jetzt wurscht. Wir schauen uns rein und sehen, dass die Basis nochmal überrannt worden ist und dass noch weniger Menschen da sind als beim letzten Mal. was mich nicht allzu sehr wundern würde. W-What's happening? Togo! Komaru! Oh, I'm so glad you guys came. What is going on here? A huge group of Monokumas ambushed us. Please, please help us. If this keeps up, the secret base is gonna be totally wiped out. Looks like there's no time to waste. Komaru! Toko! Please save everyone! We fight! I'm going to do my best. Or we die. That's the plan. Ballum, Drecksmonokuma. So, äh, warte mal, warte mal, warte mal. Was haben wir denn hier? Komm mal her, man. Ah, Leute, das war schon echt eine Zeit lang her, als wir hier in der Basis waren und hier um das Überleben hier gekämpft haben. Zack! Warte mal, wo ist Burn? Wo ist Burn, man? Ich find's nicht. Da! Ah! Burnt ihr verdammten Monokumas, Mann! Boah, ist der stark! Hört auf, Monokumas, Mann! Kämpft mit jemandem in eurer Größe! Oh, das sind die Menschen. Verdammt! So. Komm! Komm! Get down, Mann! Boah, null Chance, Mann! So. Wir müssen Burn unbedingt die Stärke noch upgraden und die Munition, dann ist der Move langsam unbesiegbar. So. Das ist gut, aber nicht so gut ist natürlich das hier. Guck mal, guck mal, was... Ungehelligt hier reingehen und das find ich ja gar nicht schön. Sind hier noch welche ja überall natürlich. Hey, wo stirbt denn da jemand? Da! Komm, wechsel doch mal! So. So. Verdammt! Lauf! Ja, du kannst auch weggehen mit den Bomben, um dich mal explodieren, mein Freund. So. Ja, geil natürlich. So. Down! Down! Vielleicht geht uns aber Burn aus. Das ist nicht gut. Ich rette dich! Oder auch nicht. Ich komme! Ich komme doch! Es geht nur nicht schneller. Nein, das war dieser verdammte Monokume! Der hat dich getötet, Mann! Du verdammtes... Drecks! Monster! Ich schieße Toco mit dem Paralyzer ab. Ey Leute, das ist ja auch abnormal, was hier an den Gegner kommt. Das sind ja immer noch welche. Warte mal. Machen wir den... So schnell kommen wir gar nicht hinterher, um die Gegner zu besiegen. Wie hier Monokume spawnen, Mann. So. Ich glaube, wir haben keine einzige Seele bis jetzt hier gerettet. Sind eh nur noch zwei oder so da. Das ist ja auch furchtbar, Mann. Das ist ja auch furchtbar unfair, Mann. Am schlimmsten sind diese Müll-Monokumas. Null Chancen. Das ist auch dringend nötig. Aber jetzt kommt der schon wieder hier. Komm! Geh down, Mann! Komm! two Menschen sind hier schon gestorben, Mann. Drei, glaube ich sogar. Ach, furchtbar, Mann. Aber wir können die nicht alle retten. Es sind so viele. Ich würde sagen, aber bevor wir jetzt hier weitermachen, schauen, was hier weitergeht und ob wir hier die Menschen überzeugen können, zu kämpfen. Die wenigen, die noch übrig sind, machen wir doch jetzt einen kleinen Cut, weil ich sehe, dass der Part fast wieder vorbei ist. Das kommt wahrscheinlich eine epische, gigantische Anrede. Aber hier Rede von Komaru, hoffe ich zumindest. Schauen wir uns das beim nächsten Mal an. Bis dahin, haut rein, ciao.